Also, ja, oben liegen, das ist ein bisschen beschwingend, 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 ich würde sagen, das sind einfach von den E-Stunden, das ist ein bisschen exakt, aber vor dem E-Stunden geht auch nicht vor. Das ist so, was ist das? Ja, was ist das, das isst ja, die relle ist auch die Erwanderung, das ist die Erwanderung, das ist ein bisschen vorgeziehbar, das schwingende Teilnehm니, der ist weiter unten und und am Boden in die Rot 및. Weil, es ist so, das ist, sich k hypocritisch und ein bisschen hinten, Was ist das hemmen? Oh mein Gott, du hast das hemmen! Ja, ich hab' den ohne Hähnluchstab. Was ist das, das ist der Hähnluch? Ich hab' den Hähnluchstab. Die Hähnlchstab. Was ist das? Die Hähnluchstab. Was müssen wir dann? Mhm. Das ist gut, dass der Makierkampf mehr hat. Jetzt erstmal den oben stehen. Und er war da ich ver oblivion, dass er nicht mehr hat. Deshalb sagen wir mal Aukau. Oh, no, Peter! Untertitelung des ZDF, 2020